Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Ihr merkt es, es ist Frühling, der Winter ist bald vorbei und es wird Zeit für erste Auswertungen, was die Wärmepumpe im Winter bei uns bewirkt hat. Sehr bald werde ich dazu ein ausführliches Video machen, denn seit sechs Monaten bereits habe ich die Wärmepumpe und dazu gibt es bald ein Auswertungsvideo. Abonniert also am besten gleich meinen Kanal, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Heute gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, denn ich habe zwei interessante Tests mit der Wärmepumpe im Winter gemacht. Mich hat interessiert, wie die Ferienfunktion der Wärmepumpe funktioniert, ob es was bringt, die Wärmepumpe im Winterurlaub auszuschalten. Bei dieser Gelegenheit seht ihr auch, mit welchen Apps ich die Daten tracke, was dann auch für die Auswertung des Winters sicherlich von entscheidender Bedeutung sein wird. Ja und am Schluss gibt es noch den sogenannten volle Pulle Test, den ich gemacht habe, um mal zu gucken, ob der hydraulische Abgleich auch gelungen ist. Also bleibt auf jeden Fall dran und jetzt geht's los. Ja, das Ganze begann eigentlich damit, dass ich von Volkswagen eingeladen wurde, auf Mallorca den neuen ID.7 Tourer anzuschauen. Dazu gibt es ein Video, das habe ich euch hier auch verlinkt. Nun finde ich es immer doof, für einen Tag Auto angucken, auch noch ein nachhaltiges E-Auto durch die Gegend zu jetten. Und da gerade Fasnersferien waren und die Kinder aus dem Haus waren, da ich gerade nur Sachen zu tun hatte, die man überall tun kann, und weil auf Mallorca gerade die Mandelblüte war, von der mir meine Eltern immer vorgeschwärmt haben, haben wir aus diesem einen Tag eine Woche gemacht und sind kurzerhand vom 9. Februar bis zum 15. Februar eine Woche nach Mallorca. Bevor wir dann am 9. Februar aufgebrochen sind, habe ich mittags die Zählerstände abfotografiert und dann die Heizung für fünf Tage in den Ferienbetrieb versetzt. Ich habe fünf Tage genommen, weil ich wollte sicherheitshalber, dass die Heizung vielleicht auf jeden Fall rechtzeitig an ist, damit wir wieder warm haben, wenn wir nach Hause kommen. Wie ihr hier sehen könnt, heize ich grundsätzlich nicht übermäßig stark. Ich habe im Wohnzimmer meistens 20,5 Grad. Da bin ich auch den ganzen Tag über eigentlich auch am Arbeiten oder später dann die Familie, wenn sie nach Hause kommt. Und die anderen Zimmer, Bad, Arbeitszimmer oder auch Kinderzimmer, sind eben nur dann beheizt, wenn sie auch benötigt werden. Ob das sinnvoll ist, das können wir mal in einem anderen Video klären. Aber heute seht ihr mal nur, wie es bei uns zu Beginn des Urlaubs aussah. Ja, und dann sind wir in den Urlaub aufgebrochen. Und wie ihr hier in der Solarweb-App sehen könnt, habe ich also nochmal tüchtig das Auto aufgeladen. Es hat schön Strom gezogen und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Und ihr seht, wie die blaue Linie dann gegen 13.30 Uhr auf ein niedriges Niveau absinkt. Ja, und dann mal erstmal Urlaub. Also in den folgenden Tagen haben wir auf Mallorca erstmal das Wetter genossen. Es war schön, auch stürmisch, auch rau. Und wir hatten wirklich Mandelblüte und Orangenbäume und wirklich eine fantastische Zeit mit schönen Wanderungen. Wie man in der Solarweb-App aber sieht, war es auch in Konstanz sonnig. Und die Batterie hat tüchtig aufgeladen. Und weil wir ja nicht da waren und also auch keinen Strom verbraucht haben, haben wir in dieser Zeit tüchtig viel Strom eingespeist. Das sind hier diese grauen Flächen. Nach vier Tagen, also am Dienstag, habe ich in der Tado-App mal nachgeschaut, wie es eigentlich zu Hause aussieht. Und ich habe festgestellt, die Temperatur in den Räumen war überall unter 13 Grad abgesunken. Also ganz schön kalt. Aber die Luftfeuchtigkeit lag immer so bei 50 bis 55 Prozent. Also alles soweit in Ordnung. Und in der Lambda-App konnte ich ja meine Wärmepumpe anschauen. Und da habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur inzwischen auf 14,7 Grad abgesunken war. Und ja, der Ferienbetrieb stand noch bei einem Tag Resturlaub. Na, ich war ja gespannt, was Ferienbetrieb eigentlich heißt. Ist das irgendwie intelligent oder so? Aber es hat sich herausgestellt, Ferienbetrieb heißt einfach, die geht aus und nach fünf Tagen würde sie wieder angehen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die vorheizt oder schaut, dass es dann am sechsten Tag auch schön warm ist, sondern es wird einfach ausgeschaltet für die Zeit, die ihr einstellt. Naja, und weil ich dann am 13. unsicher war, ob das reicht, wenn ein Tag geheizt wird, dass es wieder warm ist, wenn wir heimkommen, habe ich dann mal sicherheitshalber von Hand den Ferienbetrieb ausgeschaltet. Nach ziemlich genau vier Tagen am 13. Februar um 13.30 Uhr. Das könnte hier auch im Solarmanager ziemlich gut sehen, nämlich ungefähr ab 13.30 Uhr fängt die Wärmepumpe wieder an zu arbeiten. Und auch hier im Solarweb sieht man es sehr gut. Und ihr seht auch, dass die Sonne geschieden hat, auch in den folgenden Tagen, sodass eigentlich die ganze Heizung dann tatsächlich auf Sonnenstrom laufen konnte. Wie ich dann festgestellt habe, war es keine schlechte Idee, die Heizung schon einen Tag früher einzuschalten, denn ich konnte in der Tado App dann beobachten, wie die Räume nach und nach wärmer wurden. Und am Morgen unserer Rückreise hatte es immer noch keine 16 Grad im Wohnzimmer, also doch ein bisschen frisch. Auch nachdem wir am Abend zurückgekehrt waren, waren wir nur so ungefähr bei 18, 18,5 Grad. Und die Solltemperatur von 20,5 hatten wir dann ab dem Tag nach unserer Rückkehr und ab da war dann wieder alles fein. Wie ist das Ergebnis der Ferienbetrieb? Der Ferienbetrieb ist nicht intelligent, sondern er macht einfach nur aus und an und es empfiehlt sich mindestens ein bis zwei Tage vor der Rückkehr die Heizung wieder laufen zu lassen, damit man nicht friert, wenn man heimkommt. Ein zweites Ergebnis ist, ich konnte im Solarmanager genau beobachten, wie die Temperatur im Pufferspeicher über diese vier Tage langsam von 50 Grad auf 29 Grad abgesunken ist. Ja, die Ingenieure und Physiker unter euch können daraus jetzt Rückschlüsse auf die Isolierungsqualität vom Puffy ziehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt. Aber die eigentliche Frage, die ich mir gestellt hatte, war ja, lohnt sich das auszuschalten? Im Solarmanager kann ich für jeden Tag sehen, wie viel die Wärmepumpe verbraucht hat und ich habe auf der Terrasse ein Thermometer, was mir regelmäßig die Temperatur trackt. Dadurch kann ich so ein bisschen abschätzen, wie viel Strom hätte die Wärmepumpe verbraucht, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Also an den drei Tagen, an denen die Wärmepumpe voll ausgeschaltet war, hat sie auch 0,2 Kilowattstunden am Tag verbraucht und am Abreise- und am Rückreisetag hat sie ungefähr die Hälfte von dem verbraucht, was ich bei den jeweiligen Temperaturen erwartet hätte, nämlich am Abreisetag 6,8 und am Rückreisetag 10,7 Kilowattstunden. Und laut Zählerstand haben wir von der Abfahrt bis zur Rückkehr 40 Kilowattstunden für die Wärmepumpe und die damit verbundene Peripherie verbraucht. Wenn ich mir so anschaue, was die Wärmepumpe in den Tagen vor und nach unserem Urlaub verbraucht hat, war das so bei Temperaturen um die 5 bis 10 Grad etwa 17 Kilowattstunden im Mittel. Wie gesagt, der Abschalt- und Wiederanschalttag war ungefähr so die Hälfte dessen, was man erwarten konnte, aber am Aufheiztag hat sie 21,5 Kilowattstunden verbraucht. Das war ja dann doch deutlich mehr. Hat also ein bisschen Power gebraucht, um das Haus wieder warm zu kriegen. Wenn ich mir aber den gesamten Zeitraum anschaue, würde ich sagen, komme ich auf so ungefähr 70 Kilowattstunden, die ich eingespart habe, gegenüber dem, dass ich die Heizung während meiner Abwesenheit hätte durchlaufen lassen. Wenn man also ein bisschen länger weg ist, auch mal vielleicht 10 Tage die Heizung abstellt, dann könnte sich das schon mal lohnen, die Wärmepumpe einfach auch in den Ferienbetrieb zu versetzen, sprich auszuschalten. Ich habe dann übrigens noch einen zweiten Test gemacht. Ich nenne ihn mal den volle Pulle-Test. Und zwar am 7. März. Da war es nämlich draußen auch schon ganz schön kalt, so 6, 7 Grad. Und ich habe beschlossen, ich drehe jetzt einfach mal alle Thermostate auf. Das geht bei mir auch über die App. In der Tado App kann ich einfach sagen, hier volle Heizung. Und vorher waren eben, wie bei mir üblich, die Temperaturen in den Räumen so zwischen 17,5 und 20,6 Grad verteilt. Und wie ihr jetzt in der Lambda App sehen könnt, hat sich die Vorlauftemperatur an diesem Tag kaum erhöht. Von 37,9 auf 38,3 Grad. Aber die Temperatur in den Räumen hat sich insgesamt so zwischen 20 und 21 Grad in praktisch allen Räumen eingepegelt. Bis auf das Wohnzimmer. Da war es deutlich wärmer. Das mag daran liegen, dass eben im Wohnzimmer die meiste Zeit auch Menschen sind, die ja selber auch mal wieder ein paar Watt an Heizleistung aufbringen. Und dann im Arbeitszimmer, im Lesezimmer und im Flur. Da sind die Fenster am schlechtesten. Naja, und im Flur haben wir noch die Kellertüre und die Haustüre. Da ist es sowieso immer schwierig, warm zu kriegen. Vor allem das Arbeitszimmer ist mein Sorgenkind. Da sind nämlich auch noch alte Heizkörper und nicht so gute Fenster. Und da ist es mir eigentlich zu kalt. Aber davon erzähle ich euch dann in meinem Wintertest mit der Wärmepumpe demnächst. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unbedingt meinen Kanal und liked dieses Video. Da würde ich mich sehr freuen. Damit ich auch merke, dass es sich ein bisschen lohnt, wenn ich bei wunderschönem Oster-Sommer-Wetter drinnen sitze und ein Video schneide. Seid auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Desedet. Bis dahin, euer Desedet. Bis dahin, euer Desedet.